Ich bin Manuel Lorenz und ich bin Beachvolleyballspieler. Wenn ich eine Superkraft auswählen könnte, dann würde ich gerne fliegen wollen. Beachvolleyball spiele ich, weil man einfach alle Techniken auch beherrschen muss. In der Halle ist das klar unterteilt. Im Beach muss ich alles können. Ich glaube, ich habe ein gutes Spielverständnis. Ansonsten ist der Rest eigentlich hartes Training. Da muss man einfach durchziehen. Besonders Spaß gemacht hat mir bisher die EM in diesem Jahr. Mit den ganzen Emotionen und weil es einfach so gut lief, würde ich das gerne noch mal erleben. Während Corona vorbei ist, freue ich mich am meisten, einfach wieder die ganzen Handshakes verteilen zu können und einfach dann das Leben genießen, wie es vorher auch war. Warum verlieren? Weil man auch gewinnen kann. Ich ablehniere mich. Ich habe dich gepflegt, meine Mutter. Ich hoffe, wir werden uns auch immer wieder Ich möchte ich mich das Gefühl, es geht mit mir diskutieren. Und das kann man das denn wie es auch nicht diskutieren kann. Ich vorbereite mich. Und das kann ich das denn nicht. Ich freueifere mich.